Entsetzen über den Wechsel von Mesut Özil. Madrid-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Arbeitgeber für den Transfer Özils zum FC Arsenal scharf kritisiert. Der Weggang von Özil ist eine sehr schlechte Nachricht für mich. Ich bin wütend über seinen Wechsel. In den vergangenen drei Jahren war Özil der beste Vorlagengeber bei den Königlichen. Allein für Ronaldo bereitete der 24-Jährige 27 Treffer direkt vor. Aber nicht nur der Portugiese zeigte sich verärgert über den Weggang Özils. Auch Reals Ex-Trainer Jose Mourinho hat für diesen Transfer kein Verständnis. Özil ist die beste Nummer 10 der Welt. Von ihm gibt es keine Kopie, nicht einmal eine schlechte. Unter Mourinho, der diesen Sommer zum FC Chelsea wechselte, war Özil ein absoluter Leistungsträger bei Real Madrid. Zumindest bei seinen alten Kollegen wird der deutsche Nationalspieler in jedem Fall eine Lücke hinterlassen.